Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns den zweiten Teil meines Büchermonats April an, der ja mit elf Büchern durchaus ganz erfolgreich war, auch wenn er natürlich nicht an die neu eingezogene Anzahl herankommt. Ich habe euch den ersten Teil mit den ersten sechs Büchern schon hochgeladen. Schaut hierzu gerne in die Infobox, da habe ich im Grunde ja schon über die ersten sechs Bücher gesprochen. Schaut euch gerne den Link dazu an und schaut euch auch gerne das Video an. Ist natürlich vollkommen unabhängig, also man muss nicht Teil 1 gesehen haben, bevor man Teil 2 schaut. Das ist ja hier alles so. Jedes Buch steht irgendwie für sich und wie gesagt, schaut da super gerne mal vorbei. Ich packe euch die fünf Bücher dieses Videos jetzt auch in die Infobox, also schaut auch da sehr gerne vorbei. Das sind Thalia Affiliate Links, also wenn ihr darüber Bücher oder andere Dinge bestellt, könnt ihr mich unterstützen, ohne selbst mehr zu bezahlen. Also schaut euch da gerne um. Ich kennzeichne dort auch immer, welches Buch ein Rezensionsexemplar war. Und ja, elf Bücher, nicht ganz so rangekommen an die Neuzugänge, was aber tatsächlich einfach an einen Wälzer lag, den ich sozusagen zu Beginn des Monats gestartet habe und wirklich daran drei Wochen gehört habe. Ich habe insgesamt acht haptische Bücher, ein E-Book und zwei Hörbücher gehört. Ich komme auf 4.360 Seiten, was im Durchschnitt 145 Seiten am Tag bedeutet. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein ganz guter Durchschnitt. Auch wenn ich mir da so ein bisschen bei Redo so die Tagesdurchschnitte anschaue, gibt es natürlich immer mal Ausreißer nach oben und nach unten. Das finde ich tatsächlich aber ganz spannend. Ich bin auch nicht immer die ganz Korrekte beim Tracking. Manchmal sind da zehn Seiten woanders als wie und wo endet mein Tag. Wenn ich um halb eins nachts sozusagen noch eine halbe Stunde gelesen habe, ist das dann schon heute oder gestern oder wo zähle ich das dazu? Also so ganz genau bin ich da nicht. Aber ich glaube, so vom Gefühl passt das. Ich habe auch fast 65 Stunden Hörbuch gehört, was definitiv sehr, sehr viel ist. Ja, muss man schon sagen, da hat mir definitiv auch die Spannung des Hörbuchs geholfen. Und auch natürlich das erste Highlight-Buch in diesem Monat war auch ein Hörbuch, was ich super gerne gehört habe. Es ist auch grundsätzlich mit vier Highlight-Büchern und zu einem Highlight kommen wir heute auch noch mit 4,18, der beste Monat bisher, was wirklich an den Highlights liegt und dass es kein Flop und kein Abbruchbuch gibt. Es gibt ein indirektes Abbruchbuch, das zeige ich euch am Ende des Videos, aber das hat keinerlei Wertung bekommen, aber das erkläre ich einfach später. Ich habe auch hier die ersten zwei Bücher in einem kleinen Clip schon nach Beendung des Lesens abgedreht und tauche dann sozusagen zu den letzten drei Büchern in diesem Outfit, in diesem Styling zurück. Aber jetzt beginnen wir erstmal mit den ersten Büchern und den letzten fünf im Monat April. Das siebte Buch im April ist die Haushaltsglücksmethode von Claudia Duves. Es ist das dritte Buch der Autorin, was ich lesen durfte. Das wurde mir von der Autorin selbst zur Verfügung gestellt. Claudia, nochmal vielen lieben Dank auch dafür. Ich habe damals den kleinen Alltagsmagier gelesen, es müsste auch irgendwo da hinten im Highlight-Regal stehen und auch der Zukunft wieder trauen, habe ich gelesen, was ich sehr, sehr gelungen und schön fand. Und ich habe mich sehr gefreut, als die Anfrage jetzt für das dritte Buch gekommen ist, dass einfach nochmal ein ganz anderes Thema hat. Und das finde ich bei Claudia Duves wirklich toll. Sie hat, bleibt natürlich so in diesem Sachbuch-Genre drin, aber hat jetzt im Grunde drei ganz unterschiedliche Themen so ein bisschen angegangen, beschrieben. Und hier war ich super neugierig, was mir Claudia Duves so ein bisschen zum Haushalt erzählen kann. Und ja, der Untertitel ist Putzen, Fegen, Kaffee kochen, wie wir uns mit kleinen Handgriffen auf Erfolgskurs bringen. Es soll auch ein Erfolgsratgeber sein, der einfach mal ein bisschen anders ist. Und ich finde, der Titel verrät hier eigentlich schon relativ viel. Es geht eben tatsächlich darum, seinen Haushalt mal mit anderen Dingen zu betrachten. Vor allem mit den Tätigkeiten, die der Haushalt daherbringt. Egal, ob es wirklich das Staubsaugen ist, das Bügeln, das Waschen, Fensterputzen und so weiter. Der Alltag, egal ob man allein ist, in der Familie, ob Kinder, Haustiere. Es sind ganz viele Situationen hier so ein bisschen enthalten, wie man seinen Haushalt einfach mal mit motivierteren, freudigeren Blicken sozusagen, ja im Grunde betrachten kann. Es ist eine Art Mitmachbuch, was uns sehr viele Impulse gibt. Ja, wie man einfach diesen verhassten, vielleicht auch lästigen Haushalt oder auch einzelne Tätigkeiten daraus einfach nochmal mit anderen Augen sieht. Wie man an den Haushalt herangeht, wie man verschiedene Handgriffe vielleicht positiv nimmt, was man darunter sehen kann, wie man Dinge angeht, um sich zu motivieren. Also es sei jetzt zum Beispiel auch einfach darum zu sagen, okay, diese Kleinigkeiten mache ich jetzt und danach kommt der Kaffee. Oder dass man wirklich dieses Strahlende, wenn eben dann ein Zimmer sauber ist, eben wirklich als Lohn ansieht, dass man etwas geschafft hat, dass man sich daran erfreuen kann, dass man dann eben viel besser bei seinem Kaffee da sitzt. Und das packt Claudia Duwe aber nicht in einen trockenen Ratgeber, nein, ganz anders. Es ist wahnsinnig humorvoll. Es hat immer wieder tolle Impulse, spannende Gedankengänge. Der Perspektivwechsel, der fand ich wirklich sehr locker und ja einfach perfekt auch einfach war, dass man einfach mal so seinen Haushalt sich selbst damit auch einfach mal anders betrachtet. Das hat Claudia Duwe richtig toll gemacht. Es waren auch einige tolle Weisheiten hier mit enthalten. Und ich habe mir da, glaube ich, auch ein paar markiert. Verbitterte Hausarbeit ist keine schöne Sache. Das fand ich schon mal sehr gut. Ja, es ist richtig. Hausarbeit ist dieser Tage extrem sensibel. Und das hat einen Grund. Sie hat schließlich ein sehr schlechtes Image, was durch jahrzehntelangen Rufmord entstanden ist. Sie braucht dringend Fürsprecher, um sie zu rehabilitieren, denn ansonsten könnte es sein, dass sie frustriert und verbittert wird und es endgültig bleibt. Und wer möchte einen verbitterten Haushalt? Also großartigen Gedanken, auch einfach den Haushalt selbst als, jetzt nicht als Person, sondern ja, als etwas, ein Individuum zu betrachten. Und das mochte ich tatsächlich richtig gerne. Hier ging es ein bisschen um die Konsumkontrolle. Also zum einen eben Neuanschaffungen sind die notwendig. Die bringen natürlich auch wieder eine Dynamik in den Haushalt. Und ganz spannend fand ich, es geht hier um das Regelwerk für die Lebensreise. Haben wir zu viel Gepäck, zahlen wir bloß drauf. Lebendigkeit und Begeisterung verlieren sich, wenn jeder Schritt zu mühsam wird, weil wir uns an Dinge klammern, die wir glauben zu brauchen. Lassen wir dagegen los, dann haben wir freie Hände. Wir können wieder tüchtig zupacken und uns vorher einen genüsslichen Moment lang Zeit lassen, um hoffentlich gut zu überlegen, woran wir uns als nächstes klammern. Und das fand ich richtig schön, dass sie tatsächlich auch Unterschieden hat zwischen der Pflicht in der Hausarbeit und natürlich auch diesen Ausmisten, dieses Überlegen, was man sich anschafft. Aber dann sagt, es gibt eben Dinge im Leben, auf der Lebensreise, die gar nicht so überlegt werden müssen, sondern man macht da einfach Platz, um eben die Hände frei zu haben. Und das sind wunderschöne Gedanken und Ideen hier enthalten. Ich mochte den lockeren und leichten Stil von Claudia Duwe sehr. Ich fand ihn sehr unterhaltsam. Ich hatte wirklich einige Schmunzelmomente und mir gefielen tatsächlich dann auch so ein bisschen zwischendrin und oftmals auch am Ende die zusammengefassten Weisheiten, die so ein bisschen auch Impulsgeber waren, wo man einfach nochmal so kurz prägnante zwei, drei Sätze hatte und sagt, okay, das verinnerlicht mir jetzt so ein bisschen. Ich bin jetzt überhaupt kein Mensch, der das Putzen hasst oder den Haushalt nicht gerne macht. Ich mag es tatsächlich sehr ordentlich. Ich finde es schön, wenn alles staubfrei, sauber ist. Und ja, mit drei Katzen im Haushalt und einem Hund können wir von Perfektion hier wahrscheinlich nie sprechen. Es gibt aber natürlich auch für mich Tätigkeiten, die ich nicht sehr gerne tue. Und es war schön, die vielleicht dann zukünftig einfach mal so ein bisschen mit anderen Dingen zu betrachten. Und sich da Motivation zu ziehen, Impulse zu ziehen, dass es eben am Ende doch gar nicht so schlimm ist, wenn man es in Etappen, in kleinen Schritten macht und eben nicht einmal im Monat irgendwie den ganzen Tag putzt. Und das mochte ich sehr gerne am Buch von Claudia Duwe. Also sehr unterhaltsam. Er hat das wirklich auch sehr humorvoll genommen, spaßig genommen, mit einer Leichtigkeit. Und ich glaube, wenn wir uns alle so eine kleine Scheibe davon mitnehmen, werden unsere Haushalte zukünftig strahlen und wir sehr gerne danach dann mit dem Kaffee oder dem Tee unser Strahlewerk betrachten. Das achte Buch im Monat April habe ich eigentlich als haptisches Buch gelesen. Es ist aber mittlerweile nochmal ausgeliehen und zwar Achtsam Morden von Carsten Dusse. Das war eine Empfehlung einer lieben Freundin von mir, die alle fünf Bände irgendwie innerhalb von drei Wochen weg gesuchtet hat, mir dann den ersten Band zugeschickt hat und ich ihn jetzt auch nach Rücksprache mit dieser Freundin, ihn einer anderen Freundin weitergegeben habe. Es ist der Auftakt einer fünfteiligen Reihe, zumindest bisher. Der fünfte Teil ist im Januar dieses Jahres erschienen und der Autor selbst ist auch Rechtsanwalt und ich finde, das spürt man durchaus auch ein bisschen in diesen Geschichten, denn wir treffen hier auf den Strafverteidiger Björn Diemel, der sehr viel Stress im Job hat. Er ist im Grunde ein Teil einer Anwaltskanzlei, vertritt hier eher etwas nicht so positive Menschen, schon eher wirklich Straftäter, die eigentlich vielleicht doch mal ihre Strafe irgendwie verdient hätten, aber er ist so gut in seinem Job, dass er eben von diesen Großkriminellen sehr oft als ihr eigener Anwalt betrachtet wird und er hier wirklich das Beste tut. Seine Frau ist nicht ganz so begeistert von diesem Job, wem er da alles vertritt und sie möchte jetzt, dass er ein Achtsamkeitsseminar macht, damit er eben einfach wieder Ruhe findet, zu sich selbst findet, mehr Zeit für sie und auch die gemeinsame Tochter hat und eben einfach achtsamer durchs Leben geht. Und ja, wir sind bei diesen Sitzungen von Björn und seinem Achtsamkeitslehrer mit dabei. Wir bekommen einige Informationen aus dem Job von Björn, aber natürlich auch aus den Seminaren, wie Achtsamkeit funktioniert, auf was man da achten kann, was Atmung damit zu tun hat, wie Meditation funktioniert, wie man eben positiver an manche Dinge herangeht und wir sind hier live dabei, sind aber natürlich dann auch dabei, als es mal wieder darum geht, einen seiner großen, ich sag jetzt mal Mafiosi, wir spielen, die Geschichte spielt natürlich in Deutschland, aber es tut der Sache keinen Abbruch, ich glaube unter der Begrifflichkeit weiß jeder so ein bisschen, was ich meine. Ja, sein Hauptmannant muss mal wieder aus der Patsche geholt werden und aber gleichzeitig hat er eben eigentlich einen Tochter, Vater, Wochenende am See geplant und ja, es geht dann so ein bisschen um Edelbordelle und um Drogen und um Waffen und ja, alles nicht so ganz einfach und er möchte aber jetzt einfach achtsam sein und das Wochenende mit seiner Tochter verbringen und ich glaube, der Titel verrät schon relativ viel, dass es dann irgendwie so ein bisschen zu einem achtsamen Mord kommt und da sind wir dann natürlich auch im Nachgang mit dabei, wie diese Wege sich weiterspinnen, wie diese Gruppe an Verbrechern dann funktioniert und wie Achtsamkeit unseren Strafverteidiger Björn hier zu einem anderen Leben bringt und ich muss sagen, es war für mich ein absolutes Highlight. Ich habe das Buch an zwei Abenden weggesuchtet, ich habe schon lange, lange, lange nichts mehr so Innovatives gelesen, es war unterhaltsam, es war mitreißend, es war packend, es hatte spannende Teile, es hatte Plottwists, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet hatte und ich mochte einfach Björn. Ich fand diesen Anwalt einfach großartig. Ich mochte seine Gedanken, wir waren in der Sprache sehr nah an unserem Protagonisten, der uns wirklich die Geschichte erzählt. Wir sind bei seinen Emotionen dabei, Gefühlen, bei Dialogen, bei all den Dingen, die er jetzt irgendwie erlebt, die so gefühlt in Echtzeit neben uns herlaufen und ich fand es einfach großartig. Ich fand den Protagonisten toll geschrieben, ich mochte die Nebencharaktere, ich mochte die Veränderung, die Wandlung, die Björn durchgemacht hat. Es war eine wahnsinnig tolle, innovative Idee. Ich fand es schön, wie so ein bisschen diese ganze Achtsamkeitsriege eigentlich irgendwie aufs Korn genommen wurde, aber gleichzeitig ja eben nicht, weil unser Anwalt eben dadurch wirklich erkannt hat, worauf es im Leben ankommt. Und ich fand das einfach Hammer. Ich mochte die Tipps, die uns vom Achtsamkeitsseminar gegeben wurde, die wir, glaube ich, alle mehr oder weniger schon mal gehört haben, was so ein bisschen Mainstream ist. Es wurde natürlich auch ein bisschen tiefgründiger und ich fand es toll, wie er das für sich auf seinen Job und auf sein Leben interpretiert hat. Ich habe wirklich gelacht, ich habe geschmunzelt, ich habe genickt, ich habe absolut mitgefühlt und ich fand das spannend bis zum Ende hin und ich wollte es nicht mehr auf die Seite legen. Dabei lebt das Buch aber nicht von Cliffhanger innerhalb der Kapitel, sondern mit wirklich einem durchgängigen Spannungsverlaub, der kontinuierlich wirklich immer mit dran war, passierte was, dann wurde es so kurz ein bisschen ruhiger, dann kam wieder was Spannendes, dann kam wieder ein Twist und ich mochte das wahnsinnig gerne. Also bei mir hat das super gut funktioniert. Ich habe vieles nicht kommen sehen, ich habe vieles nicht geahnt und war wirklich platt, wo mich diese Geschichte hingetragen hat. Also das Buch, das zweite Buch ist mittlerweile bei mir auch über Tauschticket eingezogen und ich glaube, wenn mir das zweite Band gefällt, dann geht es für mich in die Bücherei, damit dann eben auch Band 3, 4 und 5 gelesen werden kann, weil ich würde sie mir nicht alle ins Regal stellen, muss ich auch ganz klar sagen. Aber wirklich, der erste Band hat mich total geflasht, sehr begeistert. Ich mochte, wie die Charaktere ausgearbeitet waren, eben nicht nur Björn, sondern auch seine Familie, die Kollegen, seine Chefs, aber natürlich auch diese ganzen Kriminellen, dass wir da so recht schnell Motivationen, Gedanken hatten, Dialoge hatten, Bilder vor Augen hatten. Die Beweggründe, die dahinter so sind, fand ich richtig, richtig großartig und man nimmt nicht zu viel vorne weg, sondern es ist alles so ein bisschen, ja, es greift alles ineinander und alle sind auch einfach irgendwie käuflich und das mochte ich einfach sehr. Ich fand es toll, dass oftmals der achtsame, leichte Weg genommen wurde und dass man damit vielleicht dann tatsächlich auch irgendwie durchs Leben kommt. Richtig, richtig toll. Ich möchte hervorheben, dass mir tatsächlich Carsten Dusse Stil zum Teil besser gefallen hat, als von John Grisham, denn John Grisham ist ja auch Anwalt, der lässt halt doch sehr oft sein Anwaltswissen auch so ein bisschen raushängen. Er wird sehr theoretisch, sehr fachspezifisch. Das macht Carsten Dusse nicht. Also das fand ich tatsächlich viel lockerer, viel leichter, was natürlich auch im Thema liegt. Bei John Grisham sind die Themen oft sehr ernster, sehr tiefgründiger. Natürlich kann man das nur bedingt vergleichen, aber die Frage wurde mir im Bekanntenkreis auch schon drei, viermal gestellt, ob mir Carsten Dusse gefällt, ob das irgendwas mit John Grisham zu tun hat. Natürlich haben wir irgendwie eine Anwaltsgeschichte, aber bei John Grisham ist es tatsächlich schon eher, dass wir uns um den Fall kümmern, aus der Sicht eines Anwalts, während hier der Strafverteidiger halt eigentlich zum Täter wird und da eine Geschichte sich drum herum bildet. Also ja, ich bin begeistert. Mir hat der Band wirklich wahnsinnig gut gefallen. Ich bin total gespannt auf den zweiten. Werde da natürlich auf jeden Fall auch berichten und vielleicht seht ihr ja dann schon in den Neuzugängen, ja, dass dann vielleicht auch Büchereiausbeute eingezogen ist, wobei das ist ja dann für mich kein Neuzugang. Aber ja, großartig, wirklich großes, großes Highlight, große Empfehlung für alle, die Thriller einfach mal anders lesen wollen und die nicht viel Blut und Gemetzel oder sowas brauchen, sondern wirklich auch mal humorige Thriller mögen. Und ja, das ist eine merkwürdige Mischung, aber mir hat es großen, großen Spaß gemacht. Also von mir wirklich fünf Sterne, absolute Empfehlung, eine wahnsinnige Geschichte. Hätte ich nie gedacht, hat mich total unerwartet getroffen, aber daher umso mehr begeistert. Und in der letzten Woche des Aprils wollte ich es dann wissen. Ich habe ja The Stand gehört und dann gesagt, so, es kann doch nicht sein, dass es nur so wenig Bücher diesen Monat sind. Ich muss jetzt etwas dünnere Bücher lesen und habe dann zu drei Büchern aus der Sehnsuchtsorte-Reihe gegriffen. Ich habe Band 16, 17 und 18 gelesen. Ich habe jetzt, glaube ich, noch drei, ja, drei auf dem Sub. Und ich glaube, dann bin ich auch so ziemlich all die Bücher durch, die mich interessiert haben. Ich glaube so, es gibt so zwei, drei, wo mich einfach das Thema oder die Geschichte dahinter nicht so interessiert. Dann werden die wahrscheinlich auch nicht bei mir einziehen. Vielleicht muss ich mir tatsächlich auch mal eine Übersicht machen, was ich hier schon gelesen habe und vielleicht auch einfach nochmal die Sternebewertungen raussuchen. Aber ja, es gibt ja den Eden Books Verlag so in seiner Form nicht mehr. Ich glaube auch nicht, dass die Sehnsuchtsorte-Reihe weitergeht. Aber ich denke, ich spreche einfach kurz so ein bisschen über die drei Bände, die ich ja wie alle anderen Bücher auch unten in die Infobox packe. Ja, das erste Buch sozusagen aus der Reihe war dann Ostseeglück von Stefanie Eden. Das ist der 16. Teil. Die Teile sind alle komplett unabhängig voneinander und erzählen eben von Sehnsuchtsorten all jener Autorinnen. Und ich glaube, es ist in dem Fall tatsächlich so, dass es nur Autorinnen gegeben hat. Und wir begleiten hier Stefanie Eden eben nach an die Ostsee. Und zwar ist sie eigentlich beruflich sehr erfolgreich, hat viel im Projektmanagement zu tun. Ihr Mann ist Pilot, also auch unter der Woche oftmals nicht so erreichbar und verfügbar. Dann bekommt sie Zwillinge und ist mit denen auch erstmal ausgelastet und ist auch gerne Mama, möchte dann aber so ein bisschen teilzeitmäßig auch in ihren Job zurückkehren. Merkt dann aber, wie schwer das tatsächlich ist, in ihrem Job wieder Fuß zu fassen. Der Chef ist nicht ganz so angetan von Teilzeitkräften. Und ja, da merkt sie irgendwie, ja, eigentlich habe ich auch gar nicht so richtig Lust, immer wieder ein Projekt erfolgreich zu beenden. Und das nächste Projekt muss noch erfolgreicher, noch größer und noch besser werden. Und sie ist dann so ein bisschen auf der Suche nach dem Sinn in ihrem Leben und was sie eben erreichen möchte, was sie schaffen möchte. Und dann findet sie sich, und das finde ich auch sehr schön beschrieben, in der Imkerei wieder und geht hier wirklich vollkommens darin auf, sich über Bienen zu informieren, in einen Imkerei-Verein einzutreten und dann eben einen Platz an der Ostsee zu finden, wo sie dann auch ihre Bienen ausfliegen lassen kann. Und wir begleiten sie dann eben durch verschiedene Jahreszeiten, durch verschiedene Jahre. Es kommt dann auch noch Kind Nummer 3 dazu. Und das fand ich tatsächlich ganz schön, wie wir so ein bisschen diese Familiendynamik haben und gleichzeitig natürlich ein bisschen Ostsee und auch die speziellen Eigenheiten von Imkern. Und das fand ich tatsächlich schön beschrieben. Wir erfahren eben so ein bisschen, wie sie da aufgenommen wird, welche Diskussionen es unter den Imkern gibt, ob man jetzt eben Holz, Häuser hat für die Bienen oder auf Styropor umsteigt, was sind Vor- und Nachteile. Und Stephanie Eden ist aber hier schon sehr, ich möchte das jetzt gar nicht negativ bewerten, sehr ökomäßig unterwegs und ist eben schon der Meinung, dass sie hier etwas Nachhaltiges schaffen möchte. Und das waren Ansätze, die mir wahnsinnig gut gefallen hat. Also mir hat dieser Band auch wieder richtig, richtig gut gefallen. Ich fand Stephanie Eden super sympathisch. Ich finde, sie erzählt mit Locker und Leichtigkeit über ihr Leben, über die Probleme, über die Herausforderungen, natürlich als Zwillingsmama, dann als Dreifachmama, dass eben auch der Mann immer mal ein bisschen abwesend ist. Ich finde es toll, wie sie so ihre Kinder mit hineinbringt, die eben auch die Freude an der Imkerei zum Teil mit übernehmen, hier dann eben auch vielleicht einfach mal anders denken, ihr eben auch diese Nachhaltigkeitsgedanken mitgeben. Und das fand ich tatsächlich ein sehr schönes Zusammenspiel. Ich mochte das sehr gerne. Ich fand es sehr inspirierend. Ich fand es mutig. Ich mochte die Lebensfreude, die hier ausgestrahlt wurde. Und das hat sich wirklich in der Sprache gezeigt. Ich fand diese vielen Fakten über Bienen und Imkerei super spannend. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein großer Fan oder Nicht-Fan von Bienen. Sie schwirren halt in meinem Garten rum und ich lasse auch wilde Ecken in meinem Garten, damit eben Insekten, auch natürlich Bienen, hier ihre Nahrung finden und bin da immer ganz begeistert, wenn hier Bienen umherschwirren und hummeln. Davon bin ich ein großer Fan. Sich dann auf den Weg machen, und man da so ein bisschen zuschauen kann. Und ich war hier super fasziniert von all den Dingen, die ich jetzt eben über Bienen weiß. Also ich fand, da Stefanie eben wirklich das Wissenswerte, also all das, was es zu wissen gibt, eben auch so locker und leicht erzählt hat, ohne dass es trocken gewirkt hat, langweilig oder zu viel war. Sie hat hier eine ganz tolle Mischung geschafft. Ich mochte auch dieses Familienleben, das so einspielt, dass sie auch irgendwann an ihre Grenzen kommt und dann eben auch nach Lösungen gesucht werden muss, wie sie sich eine Marke aufbaut und dann eben auch dazu kommt, den Honig zu verkaufen und was das eben auch nochmal bedeutet. Und ich mochte dieses Rundum-Paket sehr gerne. Ich habe einen großen Kritikpunkt an dieser Geschichte, beziehungsweise nicht an der Geschichte per se, sondern an den Gedanken von Stefanie Eden. Wir erfahren hier sehr viel über Nachhaltigkeit, über wie wir Plastik vermeiden können, wie wir Dinge besser machen können, wie wir, also viele Dinge, die wirklich unserer Umwelt gut tun. Und sie erzählt auch, wie sie wirklich diese ökologische Bienenzucht vorantreibt, warum ihr das wichtig ist, dass die Bienen zum Beispiel einen Teil ihres Honigs behalten dürfen, damit sie über den Winter kommen, weil sie ja eben möchte, dass die Bienen auch von ihrer Arbeit leben, dass sie dann gestärkt sind und so weiter. Und das fand ich wunderbar. Also das war wirklich etwas, wo ich für mich dachte, okay, aus so einer Imkerei heraus würde ich wahrscheinlich tatsächlich auch mal wieder zu Honig greifen, wenn ich sage, ich habe hier glückliche Bienen. Und das hat mich wirklich sehr begeistert, sehr gefreut, diese Dinge zu hören. Und ich glaube, hätte ich in der Nachbarschaft jemanden, der diese ökologische Art der Imkerei macht, hätte ich ja vielleicht trotzdem irgendwie ein gewisses schlechtes Gewissen, aber es wäre definitiv kleiner und ich wäre da wahrscheinlich gar nicht so abgeneigt. Allerdings fand ich es sehr schade und sehr bedenklich, dass diese Ökologie, diese Nachhaltigkeit gefühlt nur auf den Bienen lag und nicht auf allen anderen Nutztieren. Und ich setze das jetzt ganz absichtlich so ein bisschen hier in, ja, weil ich dieses Wort eigentlich nicht mag, Nutztiere. Und ich fand das super schade, dass hier nicht differenziert wurde, das, was sie gerne für ihre Bienen hätte und dafür ja auch brennt und davon begeistert ist und davon andere überzeugt, dass das auch auf Kühe, Schweine, Hühner und all die anderen Tiere auf unserem Planeten gilt. Und das fand ich, ich weiß nicht, ob jetzt scheinheilig so das richtige Wort ist, vielleicht bin ich auch sehr hart in meiner Beurteilung, aber das fand ich mega schade, weil ich dachte, wieso guckst du jetzt eigentlich nicht über den Tellerrand hinaus? Also warum ist jetzt das bei den Bienen alles gut und richtig und wichtig? Und da bin ich vollkommen bei ihr. Und warum streitest du dich da mit vielen traditionelleren Imkern und willst da überzeugen und stehst dafür ein? Aber am Ende wurde, es wurde nicht explizit, ich sag jetzt mal, über die anderen Tiere so gesprochen, aber man merkte schon manchmal, dass das einfach weniger Interesse bei ihr hat. Und ich dachte, ja, natürlich ist das eine, also ich finde es auch mal verkehrt, wenn wir sagen, ein Mensch, der nachhaltig lebt, muss das zu 100% machen. Ich finde, jeder Schritt ist ein guter Schritt und lieber macht die Masse kleine Schritte als ein geringer Anteil der Menschen. Große, perfekte Schritte, da bin ich absolut dafür. Aber ich fand es schade, dass das so ignorant zur Seite geschoben wurde. Und ich fand das einfach so ein bisschen, ich weiß nicht, ich fand es einfach ein bisschen inkonsequent. Also das fand ich sehr schade. Das hat bei mir so ein bisschen einen Beigeschmack gehabt, wo ich dachte, warum ist das jetzt bei den Bienen wichtig und gut, aber warum sollten Schweine, Kühe, Hühner und all die anderen Tiere, die ausgenutzt werden, nicht auch irgendwie, also insofern, dass sich umsetzen lässt. Aber das fand ich tatsächlich sehr schade. Aber sonst hat mir dieses Buch und auch all den Input, den es uns rund um die Ostsee gibt und um die Bienen, sehr, sehr, sehr gut gefallen. Das zehnte Buch verführt uns dann nach Südfrankreich und zwar, Wo die wilden Kräuter blühen von Sandy Neumann. Das müsste dann der siebzehnte Teil der Sehnsuchtsorte-Reihe sein. Und ja, es war einfach, wie gesagt, auf der Suche nach Büchern so um die 200, 250 Seiten, damit ich eben so wusste, okay, so 1000 Seiten bekommst du jetzt in den Tagen noch hin und hast dann eben drei dünnere Bücher so von der Anzahl her einfach geschafft. Ja, wir treffen eben auf die Autorin Sandy Neumann, die sich zusammen eben ein Leben mit ihrem Mann in Südfrankreich erträumt. Und wir beginnen so ein bisschen mit den Problemen der Haussuche, der Verordnungen, der Gesetze, der Regeln, die eben in Frankreich gelten, warum gerade Südfrankreich, was führt die beiden dahin, wie gestaltet es sich dann, als dann eben das Haus auch gekauft ist, wie kommen sie in dieser Dorfgemeinschaft an, wie ist es so mit all den Eigenheiten der Südfranzosen und ja gerade auch so die schrulligen Einwohner, wie lässt sich das mit den Jobs der beiden ja so ein bisschen vereinbaren, denn sie sind schon eher so Teilzeit in Frankreich und Teilzeit in Deutschland, also sie wollen auch ihre Bindung nach Deutschland nicht aufgeben und haben eben auch Jobs, die irgendwie mit Essen zu tun haben, mit Fotografie und eben auch tatsächlich mit Wein und das passt tatsächlich richtig, richtig gut. Und wir sind hier eben so ein bisschen bei ihrem Neuanfang auch dabei und besonders schön fand ich einfach so diese Dorfgemeinschaft, dieses Hineinkommen, wie sich jeder so ein bisschen hilft und unterstützt und dass es eben gar nicht so einfach ist. Mir hat auch dieser Band wieder richtig, richtig gut gefallen. Es war wieder locker, es war leicht, es war unterhaltsam. Ich fand es toll, dass wir hier nicht ein Paar hatten, das irgendwie blittlinks in irgendein Land reist, sondern es waren Sprachkenntnisse vorhanden. Man hat sich Gedanken gemacht, wie man an einen Übersetzer für die Bank und für das Hausgeschäft herankommt, wie wir einen Notar finden, der sowohl Deutsch als Frankreich, Deutsch und Französisch spricht und dann natürlich auch die Regeln kennt. Ich fand es toll, dass sie uns da auch ein bisschen mitgenommen haben, bei welchen Problemen gibt es, wie kann man die vielleicht auch ein bisschen lösen. Na, was ergibt sich eben manchmal einfach, wenn man offen durch die Welt geht. Ich mochte es sehr, dass sie sehr strukturiert waren, dass sie meistens einen Plan hatten. Ich sage nicht, dass das immer alles funktioniert hat. Das hat sich für mich sehr echt und authentisch angefühlt. Ich hatte ja im Vormonat ein Buch gelesen, wo auch ein paar in die Bretagne gezogen sind und ich dachte, na, aber ganz ohne Sprachkenntnisse und irgendwie eine Ahnung, was man da macht, fand ich schwierig. Ich mochte es hier sehr, dass man in sicheren Hafen die Jobs, wenn auch ein bisschen reduzierter, in Deutschland gehalten hat, dass man hier wirklich versucht hat, so viel wie möglich einfach aus dem alten Leben noch ein bisschen mitzunehmen, aber schon merkte, wie sich das so ein bisschen ausschleicht. Es gab wirklich große Herausforderungen, die oftmals wirklich unlösbar wirkten und man schon so dachte, okay, wie könnte das jetzt sein, was könnte hier eine Lösung sein, in welche Richtung geht das Ganze und ich fand es toll, mit wie viel Geduld beide hier unterwegs waren und auch natürlich dieser Zusammenhalt der beiden, das hat mir wahnsinnig gut gefallen, wie Sandy Neumann das auch beschrieben hat und auch wie das ganze Dorf so dann zueinander gehalten hat und man dann gemerkt hat, wie sie sich immer mehr eingebracht haben, welche Feiern gemeinsam veranstaltet und gefeiert wurden und wie man da einfach, nicht einfach so Deutscher in einem französischen Dorf war oder irgendwie Tourist oder Urlauber, sondern wirklich sie sich integriert haben und das fand ich sehr schön, den Prozess so mitzuerleben, weil man hat das tatsächlich, fand ich auch sprachlich, ein bisschen gemerkt beziehungsweise wie sie über andere dachten und auch dieses Zusammenleben dann auch geschrieben und gesprochen hat, dass das anfangs noch ein bisschen distanzierter war als tatsächlich gegen Ende, wo sie wirklich angekommen waren. Ich mochte auch, wie sie so immer hin und her gerissen waren zwischen Deutschland und Frankreich, als sie eben auch irgendwann merkten, dieses höher, größer, schneller, weiter, das ist eben einfach nicht mehr ihrs und sie sich da wirklich eher mit bewussten, achtsamen Dingen in Frankreich niederlassen wollen, aber natürlich eine gewisse Verbundenheit zum Beispiel zu den Eltern ihres Mannes einfach bestehen und natürlich ist hier auch Corona ein kleiner Teil mit enthalten, aber wirklich nur sehr klein, weil natürlich in Frankreich einfach Dinge nochmal anders waren, als dann auch in Deutschland und als das Problem ist, wir müssen jetzt eigentlich beruflich nach Deutschland, wie machen wir das? Ich fand es gut, dass es kurz aufgegriffen wurde, ich fand es gut, dass es nicht zu viel war, aber es hat eben einfach zu dieser Zeit gehört, ich meine, das gibt der Zeitgeist einfach her. Ich mochte diesen Band sehr, sehr gerne, habe auch gar nichts groß zu kritisieren, außer, dass mir gefühlt einfach zu viel gegessen wurde und auch zu viel Fleisch gegessen wurde, aber das ist so mein ganz, ganz persönlicher Kritikpunkt, wo ich dachte, man muss mir nicht en detail erzählen, wie gewisse Fleischdinge zubereitet werden oder, ja, das kann ich einfach nicht mehr lesen, das mag ich einfach nicht mehr, aber sonst fand ich das wirklich eine schöne Geschichte und ich glaube, dass diese Lebensgeschichte wirklich sehr authentisch war, sehr echt war und sehr nachvollziehbar. Also das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Das letzte Buch, das elfte Buch im Monat April war dann Den Wind im Haar, das Meer im Blick von Manuela Wader, mein turbulenter Neuanfang auf Halle Kuge. Hier gehen wir nun also an die Nordsee und das ist der 18. Band, ich glaube jetzt tatsächlich auch der letzte Band der Reihe und ja, ich bin einfach ein Freund dieser Reihe, wie man jetzt auch an den letzten beiden Büchern gemerkt haben. Ja, wir treffen auch Manuela Wader, sie ist Lehrerin eigentlich in Schleswig-Holstein und hat zwei größere Töchter, die schon, oder eine große Töchter oder zwei, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob sie drei oder zwei Töchter hatte und die ist aber schon sehr selbstständig und sie lebt auch von ihrem Mann getrennt, hat aber noch eine kleine Tochter und sucht so ein bisschen irgendwie eine neue Lebensaufgabe in ihrem Leben, was ja sehr häufig in diesen Geschichten irgendwie der Start dafür ist und sie schafft es eben auf der Halle, auf der Halle Kuge, einen Lehrerposten zu ergattern und dort wird sie eben die neue Halle Lehrerin und zieht da zusammen mit ihrer jüngsten Tochter, die auch eingeschult wird, dann dort auch hin und hat dann auf einmal die wilde 13, also 13 Kinder unterschiedlichen Alters und Jahrgangsstufe in einer Schule sitzen, weil man hat natürlich nur eine Schule, nur ein Klassenzimmer auf dieser Halle Kuge und das ist natürlich eine große Herausforderung. Überhaupt ist das Leben auf der Halle Kuge nicht so einfach, wie man es sich vorstellt, denn eine Halle Kuge ist, wie ich gelernt habe, keine Insel, sondern gehört eigentlich zum Meer noch dazu und das fand ich tatsächlich super spannend. Also auch ich könnte mir vorstellen, das weiß ich jetzt, vielleicht sollte ich den Satz anders anfangen, also ich glaube, so eine Halle Kuge bringt bestimmt Herausforderungen mit sich, die ich aber tatsächlich sehr spannend fände und vielleicht muss ich da zumindest mal Urlaub machen. Also mir hat die Vorstellung von so einer abgeschotteten Insel, wo wirklich nur sehr wenige Menschen wohnen, eigentlich sehr gut gefallen, wenn ich ehrlich bin, auch wenn natürlich die Nordsee bestimmt nicht das Meer ist oder die Insel ist, wo ich mir tatsächlich so mein Rentenalter vorstellen könnte, aber es, ja, ich schweife irgendwie ab, aber das hat, dieses Buch hat mir definitiv auch gut gefallen. Ich fand es eine sehr motivierende Lebensgeschichte und ja, es ist am Ende natürlich immer schwierig, Lebensgeschichten irgendwie zu beurteilen. Ich fand es auch hier wieder toll, wir haben einen lockeren, leichten, authentischen Schreibstil. Ich glaube, das spiegelt sich in all diesen Geschichten wieder und ich fand es auch hier einfach toll, was über die Hallig zu erfahren, das Leben dort, die Herausforderungen. Ich fand das sehr authentisch, wie schwierig manches war, wie leicht sich manches ergeben hat, wie das Leben eben auf so einer Hallig ist, wie das vor sich geht, wie es Kindern ergeht, Jugendlichen, aber natürlich auch Erwachsenen, wie die Zeit eben auch ist, wenn Touristen kommen, wie die Zeit ist, wenn es Winter wird und wirklich mehr als kalt ist. Ich mochte die Perspektivwechsel von Manuela Wader sehr gerne, die erst so ein bisschen von außen auf diese Hallig geschaut hat und dann aber irgendwann ja selbst so auf der Hallig angekommen ist und dann eben so das Landleben sozusagen, vom Festland beschrieben hat und darauf geblickt hat und auch wie so der Punkt in ihrem Leben sich ein bisschen verschoben hat. Natürlich wurde der Heimathafen auf dem Festland gelassen, wo natürlich auch ihre Tochter, der Ex-Mann in der Nähe war, dass natürlich auch die kleine Tochter da immer wieder Kontakt haben kann und ich fand es schön, als sie anfangs eben so ein bisschen Heimweh nach dem Festland hatte und dann aber gemerkt hat, dass sie eigentlich ihr Heimweh nach der Hoge hatte und das fand ich tatsächlich sehr schön, weil ich glaube, dass sich solche Dinge wirklich verschieben können im Leben. Ich fand es eine sehr tolle Frau, die für ihren Beruf wahnsinnig brennt, wo man wirklich merkt, sie ist mit Leidenschaft, Lehrerin und dabei aber trotzdem nicht ihre Familie vergisst, auch ihre junge Tochter da so ein bisschen mitnimmt und aber natürlich dann auch neue Freunde, neue Nachbarn wiederfindet und die dann eben nicht vergisst, sondern schon mit beiden Beinen sowohl im Job steht als im Leben und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich fand es wirklich einen gelungenen Band, der mir richtig gut gefallen hat, aber ja, ich habe wie gesagt noch drei Bände hier hinten stehen oder zwei, drei, das habe ich schon wieder vergessen und freue mich da auf jeden Fall aufs Weiterlesen, aber so ein bisschen was über die Hallig, über die Hoge, über die Hallig-Hoge zu lesen, fand ich super spannend und dass man sich das vorstellen konnte. Ich glaube, es waren, hatte sie drei Töchter, das ist auch vollkommen egal, aber fand ich super, hat mir gefallen, ich fand Manuela Wader wirklich eine sehr sympathische, authentische Frau, wie sie ihre Geschichte beschreibt und auch dem Band kann ich wirklich empfehlen. Es gibt aber noch ein Elft, ein Viertel Buch, das ich nicht ganz vorenthalten möchte und zwar von Katharina Herzog, Der Wind nimmt uns mit. Ein Buch, was ich glaube ich im Januar oder Februar aus dem Needful Things Paket gefischt habe, weil mich der Klappentext so angesprochen hat und ich dann eben dachte, ach ja, neben der Stand liest du etwas Leichtes und ich las und las und habe mir vorne die Karte angesehen und dachte, Mensch, ich habe schon mal eine Geschichte gelesen auf La Gomera, mir kommt das so bekannt vor, dass da eine junge Frau ihr Kind abgibt, also irgendwie kommt mir das bekannt vor. Und dann bin ich in die Ohntiefen meiner Bücher Leselisten gegangen und habe tatsächlich herausgefunden, dass ich 2019, ich glaube da ist dieses Buch auch erschienen von Katharina Herzog, richtig, dass ich das 2019 gehört habe. Ja, deswegen, es ist jetzt sozusagen irgendwie vom neuen Sub befreit, weil es hat bei mir natürlich auf den Sub gezählt, kann dem Buch jetzt aber natürlich gar keine Bewertung geben, weil der Abbruch ja gar nichts damit zu tun hat, dass das Buch schlecht war, so einfach, weil ich es schon kannte und ich glaube, ich habe dem Buch damals vier Sterne gegeben. Ich habe das Hörbuch, glaube ich, ganz gut gefunden, habe danach aber, glaube ich, gar nichts weiter erst mal von Katharina Herzog gelesen, ich glaube nicht oder auch nicht gehört, müsste ich aber noch mal nachschauen und habe dann schon festgestellt, okay, das Problem oftmals bei Büchern, die ich gehört habe, ist, dass ich einfach kein Cover und auch den Titel nicht so vor Augen habe, weil man es eben nicht irgendwie in der Hand hat, weil man es natürlich auch, zum Beispiel als auch das E-Book hat man zumindest das Cover vor Augen, das ist bei einem Hörbuch einfach nochmal anders, es ist gar nicht schlimm, das Büchlein wird einfach weiterziehen und ich habe da auch schon eine Freundin ja so ein bisschen in Gedanken, die sehr gerne Bücher so ein bisschen dieser lockeren, leichten Art liest und das ist auch gar nicht schlimm, aber ich wollte das Buch hier einfach, ja damit es so irgendwie zum Monat trotzdem gehört, auch wenn ich Seitenanzahl und nichts irgendwie gezählt wurde, wollte ich es euch trotzdem nicht vorenthalten. Und das waren sie jetzt aber, die elf Bücher des Monats April, schaut euch gerne in der Infobox um, wenn ihr was zu den Büchern noch wissen wollt, schaut euch auch gerne den ersten Teil an, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt und natürlich bin ich super gespannt, was euer Highlight oder euer Flop des Monats war, also schreibt das auch super gerne in die Kommentare, würde ich mich sehr, sehr darüber freuen oder ob ihr auch eins der Bücher, die ich gelesen habe, schon kennt und ob es euch auch schon mal passiert ist, dass bei euch ein Buch doppelt eingezogen ist, obwohl ihr es ja eigentlich schon gelesen habt. Lasst mich nicht ganz allein damit hier sein. Ich danke euch nun fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, bis zum nächsten Video, macht's gut, tschüss, eure Steffi.